Uns ist niemand gefolgt, ehrlich. Mein Name ist Leonard Turner. Ich arbeite für die Central Intelligence Agency. Nun bin ich eine Geise von Aldauer Sayaf. In ungefähr 14 Stunden bekommt Aldauer Sayaf die Kontrolle über die weltweite Telekommunikation. Harry! Es geht um deinen Vater. Werden diese Forderungen nicht erfüllt, aktivieren meine Entführer vor dem Raketen den Zielkoordinaten, die unser ganzes Land vollständig zerstören. Sir, ich möchte mich beteiligen. Ihr Ziel ist es, ihren Vater zu befreien und mein Ziel ist es, die freie Welt zu beschützen. Diese zwei Ziele sind dieselben. Das reicht dann, Junge. Gehen wir. Harry, tut mir leid, dass das jetzt so läuft. Mir auch. Sir, der Condor wurde gerade aktiviert. Alpschina hat gerade den Handyempfang verloren. Wir haben einen kleinen Ableger und operieren im Südosten der USA. Ja, sag mir, wo er ist. Und schon bin ich hier raus. Freue mich auch, dich zu sehen. Wie gehen wir vor? Reingehen. In Fragen, wo Dad ist. Also ist der Plan, du hast keinen Plan. In Filmen klappt das. Und bedrohen nie wieder meine Familie. Ihr seht echt scheiße aus. Du hast die anderen nicht gesehen. Du hast die anderen nicht gesehen.